So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO bzw. ein Ausbeute- und Fazit-Video zum Porygon C-Day Classic. Porygon C-Day war ja schon mal da, deswegen jetzt Classic, die Wiederholung. Für den Habanero-Account war das aber der erste Porygon C-Day. Jetzt habe ich natürlich in der Vergangenheit, schon vor dem C-Day, versucht mir immer alle restlichen Pokédex-Einträge mal rüber zu geben. Und habe auch natürlich Porygon 2 und Porygon C damals getauscht in einem Spezialtausch. Jetzt ist das Ding da, jetzt hätte ich das auch so gekriegt und entwickeln können. Ich war unterwegs, wieder mit Pupsi und als Stargast war Genaya wieder dabei. Beim letzten Mal war ja Thomas und Genaya dabei, diesmal war Genaya dabei. Wir wollten uns nämlich noch verabreden, einen Skorpion-Burger zu testen, der jetzt eine neue Soße hat, die statt 1 Mio. 2 Mio. Skorvil haben soll. Und haben da anschließend auch noch ein Video dazu gedreht. Letztens waren wir ja auch essen. Normalerweise laufe ich mit Pupsi immer durch den Englischen Garten. Wir machen unsere Challenge mit, wer fängt das erste Shiny, wer fängt die meisten Shinies, wer fängt das letzte Shiny. Vor 15 Uhr waren wir eine Stunde lang zocken und dann sind wir wieder heimgegangen. Beim letzten Mal mit Thomas Genaya waren wir dann aber essen. Beim Italiener haben auch nicht im Englischen Garten gezockt, sondern sind einfach durch die Innenstadt gelaufen, auf dem Marktplatz und so weiter. Diesmal mit Genaya auch wieder, wir sind durch die Innenstadt gelaufen und wir waren dann beim Istanbul Grill anschließend essen. Ich konnte nicht mal die eine Stunde voll machen, denn es gab Probleme. Ich bin nicht mit vollem Akku gestartet, ich habe eine Powerbank dabei gehabt, ich habe ein Ladekabel dabei gehabt. Dann habe ich gemerkt, das Ladekabel funktioniert gar nicht. Dann habe ich Genaya irgendwann gefragt, als ich gesehen habe, ich habe nur noch 6% Akku, ob sie mir ihr Ladekabel leihen kann. Sie hat mir ihrs gegeben, ich habe es an die Powerbank angeschlossen, live im Stream alles. Es ging immer weiter runter. 6, 5, 4, 3%, 2%. Bei 1% habe ich gesagt, ich muss den Stream jetzt beenden. Da war es vielleicht noch 15 Minuten, die wir hätten spielen müssen. Es war also statt, also normal 14 bis 15 Uhr, es war dann 14.45 Uhr, habe ich gesagt, ich muss den Stream leider jetzt schon beenden. Bis dahin haben wir aber viel gesehen in der Stadt, auch neue Geschäfte. Ich habe dann gleich noch Vlogging-mäßig nebenbei was gefilmt. Was ist das? Adi, was machst du? Du sitzt mit deinem Schwanz auf der Tastatur und drückst irgendwas. Vlogging-mäßig habe ich also was gefilmt auf dem Weg zum Skorpion-Burger. Das Video wird dann auch nochmal extra kommen. Und der C-Day war halt anders so. Es hat Spaß gemacht, zusammen mit Genaya. Es war richtig lecker, danach noch essen zu gehen mit Genaya und Pupsi. Es war nicht der englische Garten, es war die Innenstadt. Aber schon allein, dass man die Stunde nicht durchziehen konnte, war komisch, dass man abbrechen musste. War komisch, Akku war leer. Ist noch nie passiert. Und diese Regel, dass nur Shiny-Szenen, die ich per Hand fange für unsere Challenge mit wer kriegt das Erste, die Meisten und das Letzte, die ist ja auch so bekloppt. Denn am Anfang, es waren wieder so viele Level-Aufstiege da. war, ich musste die ganze Zeit mit dem Go Plus erstmal das Zeug drehen und fangen lassen, damit ich die ganzen Level-Aufstiege machen kann, dass die alle durchkommen. Und habe dann schon vier Shinies gehabt. Pupsi hat dann eins gehabt, ich habe schon vier gehabt, aber meine vier durfte ich nicht zählen. Dann habe ich gedacht, weißt du was? Ich mache heute gar nichts. Ich spiele den ganzen C-Day über nur mit dem Go Plus. Und dann schauen wir uns mal die Ausbeute an. Wenn ich nur mit dem Go Plus Plus spiele und selber nichts fange. Hat natürlich jetzt nicht so funktioniert. Also wenn ich hier in den Feldforschungsaufgaben, oh es ist winzig, wenn in den Feldforschungsaufgaben was drin war, dann musste ich das ja, das geht ja nicht mit dem Go Plus, das musste ich ja selber fangen. Wenn in der Spezialforschung hier was drin war, dann habe ich das natürlich auch selber gefangen. Hier ist auch noch die letzte Seite jetzt von der Forschung. Das Ticket habe ich vom Alex bekommen, danke nochmal dafür. Da gehe ich jetzt auch nochmal rein, hole hier nochmal ab. Ein fertig entwickeltes Porygon Z. Da schmeißen wir noch, wo ist das denn hin? Das ist einfach gar nicht mehr da. Ist jetzt hier weg. Das müssen wir mal kurz bewerten. Das Porygon Z, neuer Rekord, schwerstes und größtes. Mit drei Sternen, mit 15 Angriff. Okay, das können wir so mitnehmen. Also in den Spezialforschungen, da musste ich natürlich per Hand fangen. Oder wenn mal die Aufgabe war, landet drei großartige Würfe oder so, habe ich mein Queststabel hergenommen. Habe im Queststabel dann kurz was gefangen. Aber ansonsten sind die Porygon, die in der Wildnis waren, alle nur übers Gottscher gefangen. Was ich wieder gut fand, selbst wenn ihr euch nicht für einen Euro diese Spezialforschung, dieses Ticket gekauft habt, habt ihr ja trotzdem die begrenzte Forschung mit Porygon gehabt im Heute-Tab. Denn das ist ein Pokémon, das braucht erstmal ein Entwicklungsupgrade für Porygon 2 und von 2 zu Z braucht es einen Sinustein. Jetzt ist sowieso in der 1-Euro-Forschung die Aufgabe drin gewesen, dass ihr, äh, ja, drei, ein Porygon 2 entwickeln müsst. Habt also drei Upgrades gebraucht und wer gar keins hatte, hätte das nicht machen können. Durch die begrenzte Forschung konnte man es aber doch machen. Hier sind nämlich genau drei Upgrades drin. Hier sind sogar drei Sinusteine drin. Wenn ihr die nicht für Porygon Z dann nehmt, könnt ihr die aufheben für viel coolere, bessere Pokémon. Das finde ich also schön von Niantic. Wenn ein Pokémon da ist, was ein Entwicklungsitem braucht, dann geben die euch am CD immer das Entwicklungsitem nebenbei gratis vor Laue. So, das muss man ihnen gutheißen. Jetzt haben wir das abgeholt, das haben wir abgeholt. Showcases, wo zeigt es mir eigentlich jetzt Showcases an? Die haben die ganze Übersicht schon wieder so anders gemacht. Die Showcases stehen jetzt, glaube ich, auch im Heute-Tab, ja. Im Heute-Tab, genau. Showcase sitze ich dreimal, Platz 1 jetzt mittlerweile. Aber zwei Stück waren leer. In dem einen saß ein anderer. Da sitze ich oben drüber. Ich kann gleich mal zeigen, gab es denn heute, wenn ich XL eingebe, seht ihr schon, hier ist ein Porygon drin in XL, in Shiny. Hier ist eins in XL, hier ist eins in XL. Aber was noch wichtiger ist, statt XL, ist XXL. Und da habe ich auch hier dieses drin in XXL und eben dieses Shiny in XXL. Und das ist auch mein allergrößtes, brutalstes, was ich überhaupt habe. Das würde ich, glaube ich, so lassen. Ich finde die Weiterentwicklung von Porygon, weder das Z noch das Z irgendwie schön. Ich finde, das hier sieht am coolsten aus. Da würde ich mir vielleicht sogar eins aufheben. Generell sitzen jetzt hier noch einige. Ich kann die, die hier sitzen, ja ganz kurz nochmal durchdrücken. Wir haben also wieder gestreamt von 14 bis 15 Uhr, beziehungsweise von 14 bis 14.45. Das war cool. Da waren einige Leute da, auch welche, die aufgestiegen sind, haben kurz Hallo gesagt. Tiso war auch wieder am Start. Ich versuche auch jetzt schnell die 100 Showcases zu erreichen. Dann sind die Showcases gar nicht mehr so wichtig. Da ist der Ehrgeiz dann nicht mehr da. Aber wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann nach den Pladin-Medaillen nochmal andere Medaillen, dass man dann doch noch weiter hinausgehen kann. Und gerade bei so einem C-Day ist das eigentlich cool. Du siehst dann, das ist das Größte, das ist das Größte, das ist das Größte. Schmeißt alles rein, kriegst noch ein paar Items. Also Showcases sollte man eigentlich immer machen. Auch wenn man die Medaille dann auf Pladin hat, sollte man weiter Showcases machen. Ja, es gab also diese Gratis-Forschung. Es gab die 1-Euro-Forschung. Nochmal danke an Alex. Es gab dann Essen danach. Es gab einen leeren Akku. Es war eisekalt. Die anderen haben eher Handschuhe angehabt die ganze Zeit. Also Bubsi richtig mit Handschuhen. Schenaia mit Handschuhen, wo vorne keine Finger dran waren. Ich komplett ohne. Aber obwohl ich mit dem Go++ dann gezockt habe, habe ich ja trotzdem die ganze Zeit das Handy in der Hand gehabt und bin so gelaufen. Und habe das auch gemerkt. Meine ganzen Fingerkuppen waren richtig, die haben gebitzelt, die haben gefroren. Die waren so eisig, die haben richtig wehgetan. Irgendwann habe ich sie gar nicht mehr gemerkt. Dann war es auszuhalten, wo die schon richtig abgefroren waren. Also das war anders. Und deswegen habe ich gesagt, ach komm, es ist gerade so eine schöne Runde. Es ist gerade so cool. Es macht gerade so Spaß. Für mich steht jetzt nicht das Spiel in den Vordergrund, sondern dass wir gemeinsam hier rumlaufen und Scheiße labern. Wir waren dann auch noch an einem Stand. Da gab es auch ein Geschäft. Da stand drauf, dass es Glühwein gibt. To go. Bubsi hat dann für jeden einen Glühwein geholt. Es gab Rosé, Weiß und Rot. Ich habe gesagt, komm, wir nehmen einfach alle drei. Bubsi hat Rosé genommen. Schenaia hat Weiß genommen. Für mich ist dann noch Rot übrig geblieben. Meinen habe ich dann aber aus Versehen irgendwie verkippt. Den wollte ich irgendwo abstellen. Da ist der umgefallen. Insgesamt gab es auch nur 151 Porygon, die ich jetzt hier noch habe. Also ich habe ja eigentlich nur eine Dreiviertelstunde gespielt. Beim Essen habe ich natürlich trotzdem mein Gocha angehabt. Achso, da kann ich hier mal noch ein Bild zeigen. Als wir beim Italiener essen waren das letzte Mal, gab es ja ein Bild, als wir im Restaurant gesessen haben. Dass da drumherum Module waren und überall Porygon gesessen haben und das Gocha da auch noch ein bisschen geklickert hat, also das Go+. Diesmal waren wir beim Istanbul-Grill. Ich habe drei Lokmodule gezündet. In der Mitte haben wir gesessen, haben gegessen und drumherum hat es trotzdem immer mal die Porygon mitgenommen. Ist also auch cool. Könnte auch so machen. Bin ich bestimmt nicht der Einzige, der das dann mal so macht. So, jetzt haben wir hier ein bisschen was entwickelt. Das Größte hier ist 1346. 1446, das kleinste ist, na, oh, ein Shiny mit 20 WP. Die sind auch alle hier gefangen in Meiningen, auch wenn nichts dran steht. Vier Sterne gab es, glaube ich, nicht. Wenn wir vier Sterne eingeben, sehen wir jetzt bei zuletzt gefangen kein Porygon dabei. Wenn wir auf Shinies gehen, muss man das oben wieder rausnehmen. Wenn wir auf Shinies gehen, haben wir insgesamt aber zehn Stück. Und das, obwohl keins aktiv selber gefangen wurde per Hand, sondern die sind alle geklickert worden. Ich habe zwischendurch auch mal ins Tagebuch geguckt im Stream. Habe gesagt, oh, 14.01 Uhr ist ein Shiny gefangen worden, geklickert worden. 14.03 Uhr ist ein Shiny geflüchtet beim Go++. Also sind eigentlich mehr Shinies gewesen. Manche sind auch geflüchtet. Zehn habe ich jetzt hier auf der Hand. Und das mit 1148 ist das Größte. Eigentlich könnte ich doch noch eins durchentwickeln. Soll ich das machen? Ich weiß nicht. Wir entwickeln eins durch. Komm, egal. Wir entwickeln eins durch fürs Video. Können wir dann aber wegschmeißen, weil das brauche ich nicht, will ich nicht. Es hat Spaß gemacht, rumzulaufen zusammen. Es hat Spaß gemacht, statt im Garten mal in der Stadt zu sein. Es hat Spaß gemacht, in der Stadt noch Sachen zu entdecken. Es war cool, sich noch zwischendurch einen Glühwein zu holen. Es war eisig kalt, aber irgendwie hat es trotzdem Spaß gemacht und hat gepasst. Wir haben Kinder gesehen im Englischen Garten. Die sind alle mit Schlitten und mit Bobsrutschern. Sind die da hier bei der Kirche diesen Berg runtergebrättern im Englischen Garten. Das war cool. Danach essen gegangen. Nebenbei noch ein bisschen geklickertet, sich die Ausbeute angucken, zu sehen, dass man trotzdem mehrere XL und XXL Pokémon bekommen hat, die man auch dann setzen konnte. Auch auf dem Heimweg jetzt habe ich noch klickern lassen und so. Hier sitzt das Porygon Z. Das guckt ihr euch jetzt hier an, wie es ausrastet. Und jetzt schicken wir es schnell weg. So. Weil wir das nicht brauchen. Ansonsten haben wir jetzt neun Dinger übrig. Und ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Die Frage an euch natürlich, wie war euer Sea Day? Wo habt ihr gespielt? Wie habt ihr gespielt? Seid ihr rumgerannt? Habt ihr... Oh, Shiny! Da ist noch ein Shiny da fürs Thumbnail. Das finde ich immer cool, wenn wir fürs Thumbnail da was reinmachen können. Ansonsten war das meine Ausbeute. Grüße an Genaya. Danke an Genaya. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auch wenn das jetzt kein wichtiger Sea Day war. Man nimmt jeden Sea Day mit. Stunden spazieren gehen mit Jonas. Muss sowieso immer sein. Da konnte man das verbinden. Das hat gepasst. Fertig. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out for Haut. Euer Ramses. Euer Ramses.